Sooo, jetzt geht's heute nach einem Intermezzo von nur 40 Minuten. Und, ja. Also, wir müssen immer noch irgendwas suchen in dieser Wüste. Ich bin hier ganz außer. So gut. Ach ja, wir mussten ja in irgendeine komische Höhle, Dings, irgendwas. Ja, wir wären schon... So, jetzt noch? Gut. Dann geht's mal weiter. Ah, ich finde ja eine kleine Männchen cool. Wie die ja immer rumlaufen. Oh, die heisst... Ah, wie kiegt er? Die heisst glaube ich eine Menge aus. Oh, diese heiße Läderdinger. Okay. Ach ja, wichsen sind wir in dieser schönen Umgebung und in dieser schönen Wüste. Ich bin voll daneben geschossen. Ja, kaputt man. Ah, diese Schwerne, die mag ich noch. Weil die sieht man aber nicht schlecht. So. Oh. Die sehen immer ein bisschen aus wie deine Männchen eigentlich. Sehr schön. Oh. Oh. Oh, hier sind aber eigentlich so die komischen Viecher wieder. Ich muss... Ah, ich wurde getötet. Wow. Die müssen ja richtig zuhauen, die Viecher, ey. Okay. Oh, Mist. Die sollte ich nur drücken. Ach ja. Warten, 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 warten. Okay. Ach, jetzt scheint ihm ein Gift deswegen. Das ist ja... Dieidays haben alle verdient. Animalem never. Jawohl. Ja. Wah, hier unten sein. Aha, da ist es ja... Der Kampf hat uns ins richtige Eck geführt. Sehr praktisch. Ja, ne, da hatte ich mich verschätzt, da war ich dann umzingelt und dann haben die richtig auf mich eingelogt geräuschen. Und, äh, das war ja eine Geräuschgelöse. Hä? Oh, ich dachte, die ganze Zeit hier rein. Wir müssen jetzt kurz Blut aus der Höhle des Herretas finden. Holen, Dingsen. Oh, wow. Schön, das sind wir am meisten. Wow, cool. Der richtige Van hier. Oh, Mann, sehr gut. War 47 Monster in einem Schlag. Oh, unkriegt. Sehr gut. Sehr gut, Angle-Pornet, too. Mann, das V-Hater war das. Wow. Ich bin beeindruckt. Wow, mein Herz will in der Ausdauer. Dann hat er so wenig gute Items abgeworfen. Wäre echt recht. Also einstecken konnte der. So eine Lebensleist hätte ich auch gerne. Die schießen. Die schießen. Die waren ferner, als ich mich nicht aufzupassen. Oh, diese Steine wollen die Jensen bei dir. Ich will das haben, ich will das haben. Okay, hier ist nix. Ach so, das war mein Champion. Hier lang. Und dann hier. Und da unten. Oh, das war schön. Na, die Leiter auch kommt schon wieder auf, ey. oh ja ja, und hat's heilig nice Leute, den haben wir gleich ey Es ist immer schön, wie die diese Ecken wegbrechen das macht die jetzt so richtig schön dynamisch oh 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 ah, den du dir hier, du kannst du nicht mehr run oh 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 Das hat mich nicht gelohnt, oder? Was ist denn schön? Oh ja, wie viele schöne Masse? Wow! Oh ja, ich hab die Schöpfung mit mir aus, oder? Wow! Oh! Oh ja, ich bin hier so viel mehr aus. Woh! Oh ja, ich bin hier drin. 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 Töp, töp, töp. Oh, das ist jetzt hier drin. Ich bin hier drin. Oh ja. Oh ja. Oh ja, ich bin hier drin. Oh ja! Oh ja, ich bin hier drin. Oh ja, ich bin hier drin. Oh ja, Level of Speed, sehr gut! Ja, manchmal wird auch hier auf die ganze Video gefallen. Oh man! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! So, jetzt ist er da. Sehr schön. Okay. Ah, das mal drüben. Gut. Schön ist, wir finden ganz viele Schmiedelehrwerke. Das ist sehr praktisch. Und auch Juwelenzeug, sodass wir irgendwann den Juwelenheil ein bisschen aufschließen. Wir müssen... Das kann ich dir gar nicht sagen, wo wir da müssen. Weil, äh... Irgendwo finden wir dann, hat das Blut von dem Heiliger. Und das ist dann auch in der See-Order. Da sind wirklich, glaube ich, zwei Items drin hier drin. Oder zumindest ein. Ja. Oh, schon wiedergefallen. Ah, schon wieder. Ah ja! Das ist geil! Okay. Gut. Macht dann... Sehr gut! Oh, noch ein Schmiedelehrwerke. Bitte immer besser. Oh, da ist er ja! Oh, voll drauf! Oh, das ist doch nicht so. Oh, das ist doch... Oh, das ist doch... Oh, das ist doch... Ich gucke mal, dass die gute Zeit hat. Jawoll! Perfekter Rubin... Perfekter Totales Warnstein... Sehr gut! Ah, also... Ich bin vielleicht nicht gerade die letzten Waffen, aber... Ich glaube, vielleicht auch nicht, was praktisch sein wird. Manchmal gibt's so Phasen, da kriegen wir dann plötzlich einen voll auf die Mütze. Und dann manchmal... Da sind wir dann ganz schnell wieder... Also, kommen wir ganz schnell durch überall. Das ist echt skurril. Okay, wir müssen uns jetzt also wieder nach unten holen. Hier war so nicht unser Objekt. Ja, verdammt! Hm, 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 hm... Ja, verdammt! Na, ist ein bisschen gut, ne? Äh... Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier hoch und dann nach rechts. Äh... Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier hoch und dann nach rechts. Ja, wir müssen hier hoch und dann nach rechts. Ja, genau. Okay... Woops... Äh... Äh... Ja, genau. Jetzt... Oh! Ah ja, siehst du da links, ja? Sie sind wohl nur einerseits abgewogen. Oh, sein Blut haben wir ja. Ah... Ja! Ja! Oh! Oh! Oh, wow! No, no, thank you. Was das hier denn? Oh, man hat ja den dann gesagt. So, und jetzt kommen wir wieder raus. Gut, dann können wir hier pausieren.